Das wird ein sehr schwieriges Spiel, das wissen wir, nur wir haben wirklich sehr gut gearbeitet diese Woche und wir wissen, was auf uns zukommt und wir werden alles setzen, auch die drei Punkte mitzunehmen. Natürlich wird es nicht leicht, aber wir haben wirklich sehr gut gearbeitet und wir wollen auch jetzt diese drei Punkte haben. Wir wissen, dass auf uns eine sehr schwere Aufgabe kommt, Nürnberg ist momentan sehr gut drauf, die sind 18 Spiele in Folge umgeschlagen und 18 Heimspiele auch umgeschlagen, deswegen uns erwartet eine sehr schwere Aufgabe und aber ich denke auch, dass in so einem Spiel, wo viele schon klar vor dem Spiel ist, wir werden unsere Chancen haben, müssen wir auch klar ausnutzen. Die Mannschaft ist wirklich stark, die stehen nicht umsonst oben und die haben auch ein klares Ziel, nur uns darf das nicht interessieren und beschäftigen. Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren und das ist einfach dort zu bestehen und auch die Punkte mitzunehmen. Wir wissen, dass die wirklich gute Spieler haben. Wichtig ist für uns, dass wir auch wirklich kompakt und gut stehen und auch dann gute Eingriffe starten können. Und ja, wenn wir das so umsetzen, dann werden wir auch erfolgreich sein. Wir haben auch eine sehr gute Mannschaft, sehr viele offensive Spieler, wo auch Eins-gegen-eins-Situationen lösen können, deswegen müssen wir auch kompakt und gut stehen und natürlich bei jeder Möglichkeit nach vorne angreifen. Das Spiel wird sehr schwierig sein. Natürlich werden viele Zuschauer dort sein und Nürnberg wird uns sehr viel fordern. Nur wichtig ist, dass wir, was wir machen und wir werden alles daran setzen, wie gesagt, kompakt zu stehen und auch diese Chancen, die wir bekommen, auch eiskalt auszunutzen. Das ist ganz wichtig an diesem Spieltag. Es wird auch schwer für uns, aber wir werden unsere Chancen haben und werden wir auch probieren, gute Ergebnisse für uns zu schaffen. Ich bin jetzt seit zwei Monaten, neun Tage hier. Und ja, wie sehe ich meine Rolle? Also ich denke, dass ich im Team gut angekommen bin und ich verstehe mich auch ganz gut mit den Jungs. Wir sind auch wirklich, es sind wirklich gute Charaktere in der Mannschaft, da wo man sich auch verstehen kann. Ja, wichtig war es für mich, dass ich gut spiele und ich versuche, das jedes Spiel zu machen. Und ja, sonst ist alles eigentlich super. Und wir sind immer schön. Und wie viele Leute heir bear können. ância?